ich glaube das ist der letzte der löwe ist echt ich dachte es wäre eine schlange aber schlange ist wahrscheinlich doch ich dachte wirklich ist für die schlange aber löwe klingt doch gefährlicher also dass die schlange hat sich als nilpferd empfuckt also es ist völlig still sogar die tieren irgendeine plage hat das dorf befallen das war diese viper flavius wir hätten ihm längst die eingeweide rausreißen die viper ja viper schlange passt schon der löwe der schakal lebt noch da stimmt was doch nicht ich kann echt wieder gehen wir in das gewölbe hätte ich das gewusst hätte ich ja ja nie angesprochen sicher ganz ehrlich lasst mich in ruhe oh gott hilfe was kommt denn da eigentlich nach dem löwen dann nichts nur noch erkunden ich dachte eigentlich ich wollte mir den löwen ja aufsparen eigentlich also den endkampf sozusagen aufsparen wegen den ganzen arealen und so ich dachte man mit dem schall da muss man noch in andere areale aber ich glaube das kann ich knicken wenn ich die anderen areale besuchen will dann muss ich die selbst aussuchen hmm Hä? Wo komme ich da jetzt hin? Ins Gewölbe. Hä? Och, Mann. Mann. Schon wieder so ein Scheiß, wo ich nicht weiß, wie ich da hinkomme. Dahinter ist jemand. Wo ein Wächter ist, ist auch ein Weg. Okay, was war das für eine dumme KI? Auf jeden Fall bin ich hier richtig. Was im Namen von... Klopp, klopp. Bitte was? Komm her. Und jetzt gib Ruhe. Ich den rechten, du den linken? Na gut, nehme ich beide. Da, das Gewölbe. Sie haben Angst vor der Tür. Sie fliehen. Vorsicht, wir wissen nicht, was da drin ist. Bitte was? Wir müssen wissen, was passiert ist. Bayek, ist das ein Traum? Wir sind in der Duat. Cool. Wer hat das erschaffen? Die Götter selbst? Das ist die Geschichte der Menschheit. Bayek. Bayek. Das ist Hepzifah. Oh, mein Senni. Dein Leben endet hier im Wüstenstaub. Sie nahmen mir den engsten Freund. Schnell, halten wir Flavius auf. Nein! Wir können ihn nicht hier lassen. Er verdient eine Beisetzung. Geh voran, Bayek. Ich bin bei dir. Hepzifah wusste nichts über den Orden. Es gab keinen Grund, ihn zu töten. Flavius riss ihm das Herz. Mein Gefährte. Bringen wir es zu Ende. Oh, das sieht nach Finale aus. Ich will nicht. Weil es gibt noch so viel zu tun. Es gibt noch Nebenaufgaben. Aber ich denke mal, als Let's Play werde ich trotzdem noch die Nebenaufgaben machen. Im Stream sowieso. Ich sah, was passiert ist. Es war furchtbar. Die römischen Anführer betraten das Tempelgewölbe. Septimius und Flavius. Die Objekte, die sie trugen, öffneten es wie von Gottes Hand. Hepzifah wollte sie aufhalten. Doch gegen sie war er Machtlos. Es wird ein krasser Endkampf. Sie betraten das Gewölbe. Ein blaues Feuer kam heraus. Ich lief um mein Leben. Das ganze Dorf verlor das Bewusstsein und fiel zu Boden wie Puppen. Sie haben Siva zerstört. Die müssen sterben. Ihr müsst ihm ein Ende setzen. Bayek? Bayek? Aya? Die Gebete des ganzen Dorfes werden euch unterstützen. Lass uns Hepzifah zur Ruhe bitten. Und dann sorgen wir für Gerechtigkeit. Die Gebete des Teufels. Das war's für heute. Wir beten, dass Anubis dieses Schmuckstück statt seines Herzens annimmt, auf das Hepzephar frei im Gefilde der Binsen wandeln kann. Hepzephar, alter Freund. Ich vermisse unsere Gespräche. Und das Bier. Bayek, Hepzephar hätte gewollt, dass du das bekommst. Die Waffe, die er allen anderen vorzog. Hepzephar's Schwert. Yeah, nice. Sprich mit Aya. Ach, die ist da unten. Idiot. Wo will ich denn hin? Ich wäre jetzt auch eher dafür die Story vielleicht sogar beenden. Und dann die Nebenmission? Ich weiß noch nicht. Die Dorfbewohner haben einen Römer gefangen und verhört. Flavius will nach Kyrene. Und Septimius nach Alexandria. Ich töte Flavius. Hm. Es gibt einen Hof an der Grenze zu Kyrene. Vielleicht hat dort jemand Flavius durchreisen sehen. Was mich angeht. Ich werde Septimius das Herz herausschneiden. Ich habe das Gefühl, dass uns das Unglück verfolgt, wohin wir auch gehen. Okay, das Spiel dauert maulich. Vielleicht sollten wir uns doch trennen. Es ist schwer. Ich will nicht loslassen, aber... Jedes Mal, wenn ich an dich denke, denke ich an Remu und an alles, was wir verloren haben. Ich auch. Also vorläufig töten wir. Leb wohl, Aya. Reise in die Kyreneika. Flavius muss an einem Hof in der Kyreneika vorbeigekommen sein. Ja, es wird wieder gereist. Aber wo haben wir es? Da. Ich will in eine Schmiede. Ich will mich OP machen. Und vielleicht mache ich doch wirklich die Nebenmissionen erstmal, aber... Ich weiß nicht, ob ich es heute machen soll, morgen machen soll, die Woche irgendwann mal, weil ich habe noch andere Spiele. Ich will ja noch ein bisschen South Park weiterspielen, weil ich will auch mal an einem Punkt sein, wo ich nicht mehr... Was ich noch nicht gesehen habe in dem Spiel. Weil Freunde spielen und ich schaue dann bei Streams auch mal zu und... Wo warst du? So kann ich die Streams nicht wirklich genießen. Oder eher gesagt, das Spiel nicht. Ja. So. Aufrüsten. Noch nicht. Ich will erst verkaufen. Sehr wohl, mein Freund. Klinge der Seevölker. Verkauft. Das lila Schwerter interessieren mich ein... Scheiß. Du findest immer interessante Dinge, Bayek. Das nehme ich dir gern ab. Oh, Josephs Stolz kann ich jetzt tragen. Schlaf beim Blocken, das ist doch mal was. So, jetzt will ich mal gucken, was habe ich denn hier alles. Zwei, drei, vier... Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon 100 davon habe oder nicht. Ich verzähl mich auch gern mal. So. Drei, vier, sechs... Jetzt. Die zehn, eine andere ? Die zehn, ist ja nicht. 18, 18, 19, 20? 15,21? 16, 22, 22, 23 und so. ... 36, 38. 31, 43, 45, 47, 48, 52, 53, 59, 60, 61, 64, 67, 69, 70, 74, 77, es reicht immer noch nicht. Wollt ihr mich verarschen? Ich brauche Jahrhundert für eine Trophäe. Da habe ich jetzt noch so viele Fragezeichen und, oh Gott. Tisch mit Informationen. Viel zu tun, viel zu tun für Platin sowieso. Für Platin sowieso. Ich schreite jetzt mal meiner Mission entgegen. Und wenn ich da bin, werde ich, denke ich mal, das Spiel für heute beenden. Okay. 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 Okay.